Jesus ist dran. Ich gehe jetzt noch einmal und zwar zum nächsten Mal weg. Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesinne weggegangen ist. Ich bin nicht der offizielle Kirchenjeder. Der offizielle Kirchenjeder. Wer unter Polizisten, Polizisten, Bandiers, Richtern, Känkern, Offizieren, Kirchenposten, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar. Ich bin nicht euer Superstar. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass man euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, soviel ich weiß, durtsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Hat er gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, er hat mich nicht nachzettet. Er hat eine Precise genommen. Er hat lieb, wir haben sie raus. Das hat mir gemacht. Du, du, der Sau. Er hat lieb, wir haben sie raus. Das hat mir gemacht. Die, die nicht zu dem Gesinde gehören, schmeißen die einen raus. Wir werden sie uns verschätzt. Ich bin ein Typ im Haar. Ich bin ein Typ im Haar. Genut vor dem ersten Bösten nieder! Und verschiebt mit einem handelten Stau in die Füße. Die, die nicht zu dem trieden Stauver doular. Ich bin ein Typ im Haar. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Damit ihr nicht gerichtet werdet. Wäret ihr noch wenigstens heiß und noch wenigstens kalt. Aber ihr seid nur lauf an und ich spuck euch aus. Dass man da einfach nur die Schnauze halten muss, kannst es dir nicht vorstellen. Dann lass es dir von irgendjemandem mit dem Hammer in dein Gehirn eindämmern. In dein Gehirn eindämmern. In dein Gehirn eindämmern. In dein Gehirn eindämmern.